Der Herr hat große Dinge an uns getan, denn er versorgt und er hält, beschützt und regiert die Welt. Er tut mehr, als man sagen kann, jedoch nur eines zu gedenken, was könnte uns Gott wohl Besseres schenken, als dass er unserer Obrigkeit den Geist der Feinsheit gibt, die denn zu jeder Zeit das Böse straft, das Gute liebt. Ja, die bei Tag und Nacht vor unsere Wohlfahrt wacht. Lasst uns dafür den höchsten Preisen auf, ruft ihn an, dass er sich auch noch ferner hin. So gnädig wollen weisen, was unserem Lande schaden kann. Musik Musik Ja, ja, du wirst den Kreuz und Nöten uns Züchtigen jedoch nicht töten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020